Hallo ihr Lieben, schaut mal, hier haben wir eine Zucchini-Pflanze und es kam jetzt öfters die Frage, was ist mit meiner Pflanze los? Da fault es einfach weg. Schaut mal, wir haben das auch. Und wir haben das auch an allen Pflanzen, das ist aber kein Problem. Vielleicht war die Pflanze zu schwach, vielleicht fault es einfach nur so weg wegen dem Wetter. Es ist auf jeden Fall kein Problem, denn schaut mal, die Pflanze bildet auch noch andere Früchte aus und die sind dann schon auch so groß. Es liegt also nicht an eurer Pflanze, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr sowas habt, einfach abmachen, Geduld haben, weiter wachsen lassen und dann auf prächtige Zucchinis freuen.